Weil eigentlich der Punkt ist, den ich Ihnen ja vorstellen möchte, jetzt, hier in diesem jetzigen Moment, now in this present moment, ein Tag vor Thanksgiving in Amerika. One day before Thanksgiving in the United States. Anyway, das ist wirklich der Geist eigentlich von Thanksgiving. That's actually the spirit of Thanksgiving, of giving thanks, which really comes from the love in your heart. Das kommt von der Liebe in deinem Herzen. Und das ist die Liebe eigentlich füreinander, miteinander, wir Menschen. Das ist ja eigentlich auch ganz einfach, das ist ja eigentlich auch kein Ding. I mean, that's for us people really together and that's really not a thing. You know, to be that, to be in that spirit, in diesem Geist zu existieren. Was ja wirklich von der Liebe kommt, which really comes from the love. And that's the love within, die innere Liebe. Die wir dann auch in anderen erkennen, which we also recognize in others. Weil oft ist es ja so, wir erkennen nur die Fehler. I mean, many times we just recognize the faults in others. And we see what we don't like. Und wir sehen, was wir nicht möchten. Aber das kommt ja nicht aus der Liebe. That doesn't come from love. Also what we see in this world. And what's really behind war. You know, in politics. And, you know, what makes the world go around. Was die Welt dirigiert und kontrolliert. Die große Politik. Und die Wirtschaft vor allen Dingen. I mean, especially the economy. Wir sind da ja alle zum Konsumenten geworden. Zu Konsumenten geworden. And we all became consumers. Und producers. Und Produzenten. Was ja wirklich völlig gegen unsere Natur geht. Which really goes directly against our natural nature. Ja, und gegen die Natur der Welt. Against the nature of this world. As we're trying to dominate and control this nature. Weil wir versuchen, diese Natur zu dominieren und kontrollieren. Und wir nehmen die ganzen Bodenschätze. We take all the resources. So dass die Industrie, das System funktionieren kann. So the industry will work. And the system can function. Aber das funktioniert ja eigentlich nicht. Wenn man sich auch mal die Geschichte der Welt so ansieht. Actually doesn't really work very well. If you look at the history of this world. Human history. Die menschliche Geschichte. Und wir alle haben da ja eine Geschichte. We all have a history. Und das Wichtige ist hier, ist das, ist was, oder das wir von Geschichte lernen. That's the point. Is that we learn from history. And what we learn from history. Was wir von Geschichte lernen. Damit sich Geschichte nicht immer wiederholt. So that history doesn't always repeat itself. Ist ja alles dieser Marktplatz geworden. I mean it all really became this marketplace in which we all serve. Dem Marktplatz, dem wir dienen. Und wer diesen Marktplatz kontrolliert. Oder was diesen Marktplatz kontrolliert. I mean who controls this marketplace. Or what controls this marketplace. Wir dienen dem ja diesem System. I mean we serve this system which we have created. Dieses System, was wir erschaffen haben. Es sollte ja eigentlich andersrum sein. It actually should be the other way around. Dass das System uns dient. That the system serves us. Unserer Menschlichkeit. Dass die sich entwickelt. Our humanity that this humanity develops. And grows and unfolds naturally. Dass diese Menschlichkeit sich natürlich und frei entwickelt. Und entfaltet. Aber leider ist das ja nicht so. Sadly, that's not the case. Und wie wir werden in dieser Welt. How we learn. And what we learn in this world. And how we learn to function in this world. Wie wir lernen zu funktionieren in dieser Welt. Wie so Art Machinen. Really like machines. You can look at that way. You know. Everybody is doing their job. Jeder macht da ja nur seine Arbeit. Auch die Terroristen machen ja auch nur ihr Ding. Even the terrorists do their function. They fulfill their function. Policemen and the demonstrators. You know. The homeless people and the rich people and the poor people. Und die armen Menschen und die Obdachlosen. Die Angestellten. Die Arbeiter dieser Welt. The workers of this world. And who controls really. The workforce. We talk about it. Ja, die Arbeitskraft. Unsere Arbeitskräfte. Was das kontrolliert. Und wofür die eingesetzt werden. What for this workforce is being used. Genauso wie unsere Streitkräfte. Like our army. Our military. Und das ist ja alles damit verbunden, dass es macht ja Geld. Das ist ja profitgetrieben. I mean that's directed by the need to make profit. Or the desire to make more and more profit. And of course we all know that profit corrupts. Und das ist ja wirklich der Punkt wirklich. Das zu erkennen. Der Prophet. It's really the point to recognize that. And really then to find the prophet. Really. Der weist uns ja daraufhin, was die Wahrheit ist. He really points us to truth. That prophet. Und das ist unseren inneren Propheten wirklich zu entdecken. Unsere innere Wahrheit. To really discover our inner prophet. Or our inner truth. Die uns ja dann wirklich freisetzen wird. Which will really then set us free. Das ist auch der Punkt von Kein Ding. To really say that briefly. That's really the point of Kein Ding. Ist die Power. Die Kunst des Machens. Oder die Geekmacht. Die Macht des Machens. The Power of Doing. Und das ist etwas, deshalb sage ich das, weil ich lerne das für mich selber. I'm saying that because I'm learning this for myself. Aber das ist wirklich der Punkt. Die Macht des Machens. Erst fängt es ja mit dem Lernen. First it really starts with the learning. Das ist der erste Schritt. Die Realisierung. The realization is the first step. And then it goes. The second step is the actualization. Der zweite Schritt ist dann die Aktualisierung. Und das ist auch wirklich, that's really Kein Ding.